Mein Name ist Mark. Ich habe 2012 meinen besten Freund Martin im Alter von 41 Jahren durch eine Sepsis verloren. Mein Name ist Iger. Meine Frau, Anna, die von Sepsis zu sterben, wurde aus der Sepsis geschehen. Sie hat 58 Jahre alt. Mein Name ist Maria. In 2012 habe ich mein Mann, Leolario, von Sepsis. Mein Name ist Patrick. Ich habe sieben 9 Jahre alt. Und als resultatlich, ich habe alle Fingers auf meine lefte Hand, die 2nd und 3rd digits auf meine righte Hand und meine righte Legen unter der Knie. Ich habe meine Mannen, Leolario, von Sepsis geschehen. Aber ich habe es geschafft. Stop Sepsis. Save Lives. 1 1 2 1 1 1 Vielen Dank.